Lass uns damit mal zu unserem nächsten Thema kommen. Wir hatten ja letztes Mal etwas kurz und unsystematisch über den Nahostkonflikt geredet. Lass uns mal jetzt das etwas genauer aufrollen. Du hast dich damit ja etwas mehr beschäftigt. Wenn man die Situation, die heute in Israel der Fall ist, verstehen will, bis zu welchem Jahr sollte man dann deiner Meinung nach mindestens zurückgehen? Das ist eine sehr gute Frage. Also es würde auf jeden Fall nicht ausreichen, sich die letzten 30 Jahre anzugucken. Da muss man viel weiter zurückgehen. Quasi bis ins Mandatsgebiet tatsächlich und auch ein bisschen vorher. Naja, weil bevor es Mandatsgebiet wurde, gab es ja schon immer kleinere Migrationen. Die sind ja dann, als die Briten das quasi übernommen haben, als Mandatsgebiet Palästina, ist es ja immer mehr geworden. Und durch diese dauerhafte Migration sind ja erst diese Spannungen überhaupt erst entstanden. Ich glaube, da ist ein ganz guter Punkt, wenn man nicht ganz so weit in die Vergangenheit zurückreisen will, hinzugehen. Also so gut 100 Jahre auf jeden Fall zurück. Die Briten hatten tatsächlich Palästina von den Osmanen nach ihrem Sieg im Ersten Weltkrieg übernommen und dort vom Völkerbund dann auch ein Mandat erhalten, dieses Land quasi zu verwalten. Und da haben sich während der britischen Kolonialherrschaft eine zionistische und eine arabische Nationalbewegung gegründet, wenn ich mich da recht entsinne, oder? Ja, es hat sich auf beiden Seiten so nach und nach, je mehr jüdische Menschen dann in dieses Gebiet hinein migriert sind, haben sich auf der einen Seite arabische Personen in, ich tue mich schwer mit dem Begriff Nationalismus, aber es war halt so. So ein gewisser arabischer Nationalismus plus, ich glaube, Herzl war der jüdische Mensch, der das damals gemacht hat. Der jüdische Staat müsste das gewesen sein. Ja, Zionismus. Genau. Wo dann der Zionismus und dann auch so eine jüdische Nationalismus quasi gebildet hat, die dann quasi in diesem Gebiet Palästina, in dem Mandatsgebiet, aufeinander getroffen ist. Und die Briten hatten echt Probleme, diese ganzen Aufeinandertreffen, die ja dann auch in Gewalt teilweise ausgeartet sind, unter Kontrolle zu bringen, dass man quasi dann die Migration in den Bereich sogar verboten hat. Und das ist quasi der Entstehungspunkt, wo genau dieser Konflikt angefangen hat, denke ich. Das ist so meine Einschätzung. Da hat es dann richtig geknallt. Richtig geknallt hat. Also es gab ja vorher immer wieder Spannung, aber richtig geknallt hat es ja erst, als die Briten dann Ende der 40er Jahre sich zurückziehen wollten und zionistische Milizen sich dann schließlich ein Staatsgebiet erobert haben, was wesentlich größer war als das, was eigentlich für den Staat Israel vorgesehen worden, was von den Vereinten Nationen eigentlich für den Staat Israel vorgesehen war. Ja, genau. Da gab es dann die mannigfaltigen Auseinandersetzungen, die ja dann dazu geführt haben, dass wir ein Mandatsgebiet haben, beziehungsweise jetzt ein Staatsgebiet sozusagen, das immer größer geworden ist, was also gar nichts mehr mit dem eigentlichen UN-Teilungsplan zu tun gehabt hat. Und durch die Kriege, die dann auch danach noch geführt worden sind, hat sich das Gebiet ja dann noch immer weiter ausgedehnt sozusagen. Und das führte dann eben zu dem heutigen Israel, wie wir es kennen. Und deswegen wird auch dann meistens gesagt, dass man die Grenzen von 1967 gerne wieder haben wollen würde. Ja, das ist ja dann der Sechstagekrieg. Das ist ja schon der nächste Krieg. Aber bleiben wir mal im Jahr 1948, der Staatsgründung Israels. Dem ist ja, wie gesagt, ein ziemlich blutiger Krieg vorausgegangen und die arabischen Staaten zuerst den Teilungsplan für das Mandatsgebiet Palästina abgelehnt. Also nach dem Motto, warum sollen wir hier Land abgeben, wenn wir hier eigentlich unsere Staaten machen wollen. Also es war ja damals, die Geschichte der arabischen Staaten war ja damals komplett offen. Es gab ja damals auch noch einen starken Flüge des arabischen Nationalismus, der ja bis in die 70er Jahre erst mit dem Tod Nassers politisch irrelevant wurde. Also die Geschichte war damals ja noch komplett offen und die arabischen Staaten haben dementsprechend gesagt, nein, wir dulden hier nicht, dass hier ein neuer Staat gegründet wird. Aber die zionistischen Milizen, die dann später in der IDF aufgingen, die haben sich da halt ihr Staatsgebiet erobert, haben sich gegen die arabischen Staaten durchgesetzt und dann am 14. Mai 1948 den Staat Israel ausgerufen. Einhergehend mit der Vertreibung von ungefähr 750.000 Arabern in dem Gebiet, was dort erobert wurde. Genau, also ich habe mir das immer so ein bisschen so angelesen, dass nachdem die Briten quasi in Anführungsstrichen, ich sage das jetzt mal so salopp hingeschmissen haben, sich zurückgezogen haben, dann hat man diese beiden Bevölkerungsgruppen so ein bisschen sich selbst überlassen. Man hat das gar nicht mehr so wirklich wahrgenommen. Man hat sich dann zurückgezogen und hat dann 1948, als man den Staat Israel ausgerufen hat, ja niemanden der Nachbarn, also es gab ja schon das ein oder andere Land drumherum, gefragt, ob das für die in Ordnung ist oder ob man da entsprechend nochmal Verhandlungen führen muss oder dergleichen. Und hat sich dann natürlich den Unmut der kompletten Nachbarschaft zugezogen und das führte ja dann tatsächlich dann auch zu dieser ersten kriegerischen, gewaltsamen Auseinandersetzung, die ja dann unter anderem in auch viele Massaker gemündet ist. Das ist ja nicht nur die Nakba, da sind ja auch andere kleinere Massaker passiert, der Yassin zum Beispiel, da sind ja dann auch ganz, ganz viele Menschen umgekommen. Und so ist dann auf der einen Seite der Staat Israel gegründet worden und auf der anderen Seite mussten die Palästinenser dann halt gucken, wo es mit ihnen hingeht. Und man sagt halt heute vielerlei, dass man eigentlich damals kein Palästinenser Volk gewesen ist, sondern einfach Araber, dass das sich erst in den 1960er, 1965er Jahre entwickelt hat, das glaube ich allerdings nicht. Ja, du nanntest es arabischer Nationalismus und ich glaube schon, dass denen durchaus bewusst war, dass sie jetzt keine Saudis sind oder auch keine Syrer, sondern denen war schon auch zum Teil klar, dass sie in dem Gebiet eine andere Bevölkerungsgruppe sind, so würde ich das jetzt zumindest darstellen. Es gab beispielsweise repräsentiert durch die Ba'ath-Parteien im Irak und in Syrien und durch die Nasser-Regierung in Ägypten einen starken arabischen Nationalismus in der Region und dieser arabische Nationalismus war nun mal nicht Common Sense. Also der Libanon oder du hast gerade Saudi-Arabien genannt oder vor allem Jordanien, das ja zeitweise Kontrolle über das Westjordanland hatte, wozu wir auch noch kommen werden, die wollten damit nichts zu tun haben. Deswegen war diese arabische Nationalbewegung, glaube ich, erst mal als eine arabische Nationalbewegung zu qualifizieren. Mit dem Scheitern des arabischen Nationalismus hatte sich das dann erledigt und ich glaube, damit kann man dann spätestens ab den 70er Jahren auch von einer palästinensischen Nationalbewegung sprechen. Ich habe das nur deswegen angeführt, weil das dann immer gerne genommen wird als Argument, dass man sagt, vor diesen 1960er Jahren gibt es keinen palästinensischen Anspruch auf dieses Gebiet. Ob das jetzt Araber sind, Palästinenser sind oder sonst wie, die Menschen haben da gewohnt und die Menschen haben natürlich ein Recht in diesem Gebiet, nach Möglichkeit, wenn es nicht andere Rechte in irgendeiner Weise einschränkt, auch einen Staat zu gründen, genau wie das die Juden auch getan haben. Das ist immer ganz wichtig, dass es beiden Seiten eigentlich das Recht ist, ein Staatsgebiet zu haben, wo dann ein Volk vernünftig und sicher leben kann. Und das ist ja eigentlich nicht gegeben, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, aber lassen wir mal zur Staatsgründung 1948 zurückkommen, nachdem Israel die Hälfte der Vertreibungen abgeschlossen hatte von, wir können sie jetzt Araber nennen, wir können sie auch Palästinenser nennen, ist jetzt glaube ich gar nicht so ein relevanter Punkt. Aber nachdem Israel die Hälfte der Vertreibungen schon abgeschlossen hatte, rief man dann am 14. Mai 1948 den Staat Israel aus und dann erklärten die meisten arabischen Staaten Israel den Krieg und schafften es so, die Expansion der zionistischen Milizen, die wie gesagt Ländereien eroberten, die weit über das im UN-Teilungsplan vorausgesehene hinausgingen, aufzuhalten. Ägypten übernahmen die Kontrolle über den Gazastreifen und Jordanien übernahmen die Kontrolle über das Westjordanland. Und das ist sehr relevant, weil es ja da auch keinen palästinensischen Staat gab. Sondern es gab zum einen Ägypten, das wie gesagt der Ideologie des arabischen Nationalismus folgte und zum anderen das haschemitische, von den Briten eingesetzte Herrscherhaus in Jordanien, was mit diesem Projekt relativ wenig zu tun hatte, sondern was das Westjordanland eigentlich an Jordanien angliedern wollte. Genau, richtig. Darfst du auch nicht vergessen, dass Jordanien eigentlich in dem Fall, wie wir es jetzt kennen, damals auch noch gar nicht so wirklich existiert hat. Das war irgendwie Cisjordanien, wenn ich mich da recht entsinne. Und auch die hatten ja dann zu kämpfen und der ganze Bereich eigentlich, über den wir gerade sprechen, der ist ja quasi nach dem Zweiten Weltkrieg erst wirklich zu dem geworden, wie wir es jetzt kennen. Ja, und jeder hatte für sich seine eigene Suppe zu kochen und dann gründet sich mittendrin ein eigener Staat, der ja im Grunde mit den Menschen drumherum gar nichts zu tun hat, der sich nicht abspricht, der quasi durch westliche Zuhilfe, hätte ich jetzt fast gesagt, entstanden ist. Und natürlich denken sich die Nachbarn dann auch ihren Teil, weil man hätte das ja auch diplomatisch lösen können, wenn man jetzt romantisch naiv daran gehen möchte. Ja, aber das wollten die Briten ja nicht. Die Briten waren ja da und die Franzosen, die waren ja daran interessiert, die ganzen arabischen Staaten, die sich dann neu gründeten, die schön aufzuteilen. Und wie gesagt, Jordanien, das war eine von den Briten eingesetzte Königsdynastie. Im Irak hat man Ähnliches versucht. In Jordanien und Saudi-Arabien hat es tatsächlich geklappt, dass man da von den Briten hochgeholte Königsdynastien an der Macht gehalten hat, hat nicht überall geklappt. Aber ich glaube, wir brauchen auf die ganzen Verwicklungen in der Region nicht so genau eingehen, sondern wir können, glaube ich, gleich ins Jahr 1967 vorspringen. Was ist denn da passiert? Soweit ich weiß, ein Krieg. Wieder mal. Ja, Israel hat seine gesamte Nachbarschaft überfallen. Es ist in Ägypten, im Westjordanland und in Syrien einmarschiert, hat die Golanhöhen, den Sinai und das Westjordanland sowie den Gazastreifen besetzt gehalten. Die Golanhöhen und Ost-Jerusalem hat es ziemlich direkt annektiert, das Westjordanland und den Sinai erst mal unter Besatzung gelassen. Was unter anderem wahrscheinlich dann einer der Hauptpunkte ist, warum man immer sagt, wenn wir die Zwei-Staaten-Lösung hier akzeptieren wollen, dann nur in den Grenzen von 1967, um eben dann genau diese Gebiete zurückzubekommen. Das wird aber sehr wahrscheinlich nicht passieren, denke ich mal. Das ist auch wieder so eine romantische Vorstellung. Ja, das ist ja durch den israelischen Siedlungsbau mittlerweile unmöglich gemacht worden. Also Israel hat dann erstmal alle Gebiete, die es da erobert hatte, versucht zu besiedeln. Also den Sinai, den hat es nach einem Friedensabkommen mit dem ägyptischen Präsidenten Anwar As-Sadat wieder an Ägypten zurückgegeben und damit die dortigen Siedlungen aufgegeben. Den Gazastreifen hat es, glaube ich, 2006 in die Unabhängigkeit entlassen und das Westjordanland, das befindet sich heute noch unter israelischer Besatzung und der Siedlungsbau geht unvermindert weiter. Ja, du sagst es so schön in die, wie hast du es genannt, in die Unabhängigkeit entlassen. Das ist ja auch eigentlich nicht korrekt. Der Gazastreifen ist seit 2006 massiv blockiert, seit die Hamas tatsächlich dann auch den Putsch beendet hat, gewaltsam. Noch mehr als sowieso zuvor schon, was immer ganz wichtig ist, zu sagen, dass das nicht freiwillig passiert ist. Und Ariel Sharon hat damals 2005, um gewählt zu werden, gesagt, Land für Sicherheit und hat gesagt, ich werde alle Siedlungen zerstören. Ich werde alle Juden und Israelis, die in Gazastreifen sind, zurückziehen und dafür möchte ich quasi gewählt werden, sozusagen. Und hat das dann auch mit Gewalt durchgesetzt. Also die jüdischen Familien, die ihre Häuser und ihre Siedlungen nicht verlassen wollten, sind dann quasi tatsächlich mit Militärmacht aus Gaza vertrieben worden. Und das wird heutzutage immer ganz gerne von so Personen wie Hoch oder Reicher benutzt, um zu sagen, ja, Gaza ist Judenrein. Das ist aber nicht der Kontext. Der Kontext, warum das Judenrein ist, ist erstens die Blockade und zweitens die gewaltsame Entfernung aller Juden aus Gaza durch die israelische Regierung. Damit macht man es sich natürlich ein bisschen leicht. Ja, zumal Israel auch unter starkem militärischem Druck stand. Also es gab ja die zweite Intifada und da sind schon sehr viele israelische Soldaten gestorben. Und da wird man sich in Israel überlegt haben, dass es wohl kostengünstiger ist, anstatt Gaza besetzt zu halten, sich einfach zurückzuziehen und den Gazastreifen ökonomisch auszuhungern und so politisch bedeutungslos zu machen. Ja, das Problem ist aber auch natürlich dann, dass man als de facto Besatzungsmacht, auch wenn man den Gazastreifen im Grunde nicht besetzt und dann sich rechtlich de jure darauf zurückziehen kann, dass man dafür keine, wie soll ich das nennen, keine Hilfe leisten muss, keine Unterstützung leisten muss, sich komplett raushalten muss aus allem, was da passiert. Also sie verhindern ja quasi sämtliche Importe, die benötigt werden. Das fängt bei einem Krebsmedikament an und hört bei Holz und Stahl auf. Weil alles, was man quasi in den Gazastreifen bringen kann, sind sozusagen Dual-Use-Guts, so ist es richtig, die man ja dann auch verwenden könnte, um Waffen zu bauen oder die Sicherheit Israels in irgendeiner Weise zu diskreditieren. Das ist absurd. Ja, also dazu habe ich eine sehr interessante Statistik gesehen. Die Wirtschaftsleistung von Gaza pro Kopf hat sich seit dem israelischen Rückzug in etwa halbiert. Also Gaza, das vorher schon kein reicher Landstrich war, ist damit nochmal massiv in die Knie gedrückt worden durch diese totale ökonomische Blockade. Ja, das, was viele Menschen vielleicht auch verstehen müssen, ist, dass Israel sich natürlich auch die Ressourcen da wegholt. Es gibt eine Studie, die könnte ich vielleicht unter dem Video, wenn wir es hochladen, verlinken. Da geht es um die Wasserressourcen in Gaza und auch in der Westbank. Und Israel hat einen Agrarwirtschaftsansatz, der unheimlich viele Ressourcen frisst und sehr viel Wasser braucht. Und jetzt gehen die Israelis einfach hin und trocknen den Brunnen aus, damit eben Palis diesen nicht benutzen können, um sich selbst im Wasser zu versorgen. Und auf der anderen Seite leiten sie Wasser um, um dann quasi ihre Agrarwirtschaft zu betreiben. Und wenn Westbank-Bewohner oder auch Gazaner Wasser haben wollen, dann müssen sie es teuer von Israel zurückkaufen. Das ist absolut menschenfeindlich. Ja, und das ist nicht das Einzige, aber das ist so ein richtiger krasser Schwerpunkt, der jetzt auch natürlich verhindert, dass Menschen in Gaza genügend Wasser haben. Also brauchen sie Wasseraufbereitungsanlagen, weil das Wasser vor der Küste, da ist ja ein riesiger, ich glaube, Zugang zum Meer. Da sind ja nicht nur die Gasfelder, sondern da wird dann auch das Wasser geholt und das ist extrem salzig. Und um eben das Wasser vernünftig trinkbar und nutzbar zu machen, muss es natürlich aufbereiten. Und jetzt verbietet Israel Wasserfilteranlagen. Also ich weiß nicht, wie schwer du da noch menschlich irgendwie dir einen abholen möchtest, aber das ist widerwärtig. Ja, das ist eine Taktik der ökonomischen Aushungerung und in der Vergangenheit, also wirtschaftlich, hat das den Gazastreifen geschwächt und von internationalen Hilfen abhängig gemacht. Also es war aus militärischer Sicht ein voller Erfolg, kann man sagen. Ja, wenn man das aus israelischer Sicht als Erfolg darstellen möchte, dann stimmt das tatsächlich, ja. Du hast gerade schon die Gasfelder angesprochen, die hat, also Israel und Palästina hatten ja vereinbart, die gemeinsam auszubeuten. Jetzt hat Israel die nach dem 7. Oktober einfach mal annektiert. Also das vielleicht auch noch am Rande. Haben die nicht sogar schon ein Abkommen geschlossen vor ein, zwei Jahren tatsächlich, dass sie da sowieso dran wollen, egal ob da jetzt ein Krieg ist oder nicht? Ja, die werden ausgebeutet werden sehr bald. Also das geht voran. Das ist ja nicht das Einzige. Es gibt, das könnte ich auch nochmal verlinken, tatsächlich so Thinktanks aus Israel, die man hier in Deutschland als Rechtsaußen bezeichnen würde, die jetzt zum Beispiel gesagt haben, wenn wir das Problem, sie nennen das Problem, in Gaza nicht gelöst bekommen, dann machen wir einfach alles platt. Das ist, das ist der erste Ansatz. Der zweite Ansatz wäre, wenn das nicht funktioniert, dann sorgen wir dafür, dass irgendeine Seuche ausbricht. Dann müssen wir nicht unsere Soldaten da reinschicken, um die alle zu ermorden. Und das dritte ist, dann holen wir irgendwelche Menschen, die das hier wieder aufbauen, für Israelis schön machen und dann machen wir hier quasi Immobilien mit Mehrblick. So ist so der Plan von so ekelhaften Thinktanks, wo ich mir denke, dass das jetzt, Michael Lüders hat das, glaube ich, in seinem letzten Video auch erzählt, das ist so menschenverachtend, das habe ich in den schlimmsten Äußerungen seit dem Nationalsozialismus nicht mehr gehört. Das ist wirklich widerwärtig. Und dass da keiner aus der Staatengemeinschaft sagt, das sind Menschen, über die jeder gerade redet, weiß ich nicht. Also da fehlt mir auch so ein bisschen der Zusammenhalt in der Staatengemeinschaft, wenn man schon vereinte Nationen ist, aber nicht vereint handelt. Es gibt ja gerade ein Verfahren vom Internationalen Gerichtshof, aber das ist ja schon der letzte Abschnitt des Konflikts. Das ist ja das, was wir seit Oktober 2023 sehen, was Israel da gerade im Gazastreifen anrichten und was für strategische Überlegungen dahinter stehen können. Gehen wir mal zurück zum Jahr 2006, als Israel sich aus dem Gazastreifen zurückgezogen hat und die Hamas dann im Gazastreifen an die Macht gewählt wurde. Die Fatah, also ein Ableger der PLO im Westjordanland. Also erst mal, wer ist die Fatah? Soweit ich das weiß, war das die vorherrschende Macht im Gazastreifen und jetzt auch im Moment im Westjordanland. Yassir Arafat spielt da eine sehr große Rolle, war ja PLO-Chef sozusagen. Und der war eigentlich derjenige, ich glaube der war sogar, wenn ich jetzt mal ein bisschen springen darf, Nachfahre von diesem Al-Husseini, der immer ganz gerne genommen wird. Deswegen sind alle Menschen in Palästina und Gaza Nazis, weil der sich mal mit Adolf Hitler getroffen hat. Und Yassir Arafat müsste Nachfahre oder sowas sein, der gehört auf jeden Fall in diesen Familienzweig mit rein. Und Yassir Arafat war halt dann PLO-Chef und hat dann immer versucht, diesen Friedensabkommen quasi voranzutreiben. Und letztendlich sind sie halt dann gescheitert. Und der Fatah ist dann auch im Gazastreifen ganz besonders vorgeworfen worden, Misswirtschaft zu betreiben, korrupt zu sein, sich nicht vernünftig zu kümmern, dass das alles besser wird. Und die Menschen wollten einfach ein Change. Das, was man auch vor dem Nationalsozialismus gesehen hat in der Weimarer Republik, was man jetzt auch wieder sieht durch das Erstarken der AfD, weil es Protestfehler gibt und so weiter. Und das gab es halt in Gaza auch. Also haben die Wähler, die jetzt tatsächlich wahlberechtigt waren, das waren gar nicht so viele, 500.000, 600.000 ungefähr, davon 30 Prozent, haben dann die Hamas gewählt, um eben den Wandel zu bekommen. Und was sie dann halt bekommen haben, das haben wir halt in den letzten 20 Jahren knapp gesehen. Sehr viel Terror, sehr viel Korruption, sehr viel Schwachsinn und sehr viel, wir müssen Israel auslöschen. Aber den Menschen in Gaza geht es trotzdem scheiße. Also den Wandel haben sie halt nicht gekriegt. Du hast es gerade schon etwas vorweggenommen. Wir hatten gerade die Fatah. Wer ist jetzt die Hamas? Ich glaube, das kann ich mal kurz erklären. Da hatte ich mich tatsächlich ein bisschen zu informiert. Das ist ein Ableger der palästinensischen Muslimbruderschaft. Also Muslimbruderschaft ist eine ältere Gruppierung, die sich dem politischen Islam verpflichtet fühlt. Also ist, ja, brauche ich, wurde von Hassan al-Banada gegründet, brauche ich jetzt nicht genauer darauf eingehen. Auf jeden Fall gab es dann ein Palästiner, ein Ableger von. Und dieser Ableger, da hat sich, also als ein Ableger von diesem Ableger hat sich dann 1987 während der ersten Intifada die Hamas gegründet. Und die hat sich, obwohl sie vorher, beziehungsweise vorher die palästinensische Muslimbruderschaft, gar nicht viel für die Frage einer Unabhängigkeit Palästinas interessiert hatte. Die wollten vor allem politischen Islam fördern. Denen war das, also war diese nationale Frage zuerst gar nicht so wichtig, haben sich in der ersten Intifada versucht, als entschiedenster Kämpfer gegen Israel zu inszenieren. Und das hat PR-mäßig zumindest ganz gut geklappt. Und nachdem, also nach der ersten Intifada, wurde die Hamas von Israel auch systematisch gegenüber der Vertrag bevorzugt. Die Hamas durfte beispielsweise Schulen aufbauen, sie durfte sich um Sozialprogramme kümmern, weil man eben aus israelischer Seite hoffte, durch die Förderung der Hamas die gemäßigte Fatah schwecken zu können und damit die Palästinenser zu spalten. Und 2006, so hast du es gerade schon gesagt, wurde die Hamas schließlich, zumindest in Gaza, an die Macht gewählt. Es gab dann Verhandlungen über die palästinensische Einheitsregierung und da hat Israel dann gesagt, palästinensische Einheitsregierung auf keinen Fall mit der Hamas, liebe Fatah, wir helfen euch, wenn ihr euch an die Macht kutschen wolltet. Es gab dann tatsächlich einen Bürgerkrieg und er endete damit, dass sich die Fatah im Westjordanland und die Hamas im Gazastreifen durchgesetzt hat. Und damit hat Israel sein Ziel, die Palästinenser zu spalten und eine Einheitsregierung zu verhindern, erreicht. Genau, was man natürlich dazu sagen muss, dass die Hamas einen aktiven Militärarm hat, das sind die Kasar-Migraten, und natürlich dann auch als eine Art Hilfswerk fungiert. Das heißt, die haben sich dann tatsächlich in gewissen Teilen um die Bevölkerung gekümmert, die haben den zu essen gebracht, die haben dafür gesorgt, dass die Kinder in die Schule gehen und so weiter und haben sich schon eingesetzt, um auch akzeptiert zu werden logischerweise. Und das muss man immer scharf voneinander trennen. Also jetzt ist nicht der Arm der Hamas quasi nach Israel rübergelaufen, der sich um die ganzen Menschen gekümmert hat und um die Schulen und sowas, sondern tatsächlich der Kasar-Brigadearm mit Zivilisten, die damit sympathisieren, sind rübergelaufen. Das trenne ich auch bei der Hisbollah, trenne ich das auch, weil die Hisbollah in Libanon ja auch eine Partei ist unter anderem. Und genauso ist es halt auch im Gazastreifen. Also nicht alle Menschen, die der Hamas sympathisieren, sind gleichzeitig Terroristen. Und das, was sie jetzt getan haben, ist natürlich für die gesamte Region absoluter Super-GAU. Das muss man auch scharf verurteilen, weil das bringt niemandem was. Und diese ganze Auseinandersetzung 2006, 2007, deswegen nennt man das ja auch den Brüderkampf sozusagen, die waren ja eigentlich vereint und haben es aber jetzt tatsächlich, ob es jetzt wirklich durch Zutun von Israel war oder nicht, können wir jetzt mal oben anstehen lassen, sich gesplittert und haben sich dadurch selbst geschwächt. Denn wenn wir uns jetzt mal angucken, was mit Gaza los ist aktuell und was auch in der Westbank passiert, da findet eine Dezimierung statt, da findet eine Einkerkerung statt, wenn du so möchtest. Die können sich da ja gar nicht frei bewegen. Die Menschen in der Westbank sind ja quasi Binnenflüchtlinge. Binnenflüchtlinge, die können sich gar nicht frei bewegen teilweise. In Hebron wohnen 800 jüdische Menschen und drumherum wohnen 200.000 Palästinenser. Aber was glaubst du, wer die größere Bewegungsfreiheit hat? Die 800 Juden. Und das ist nicht richtig. Und keinen interessiert es. Besonders nicht den Staat Israel. Das ist jetzt die Westbank. Also wir springen gerade ein bisschen für die im Chat, für die es ein bisschen verwirrend ist. Ja, ich schüpf immer gerne ein bisschen manchmal. Ja, da gibt es überall Militärcheck. Und als Palästinenser könnt ihr euch nicht vom einen Ende des Westjordanlands zum anderen bewegen. Es gibt auch bestimmte Straßen, die von Palästinensern nicht verwendet werden dürfen. Das ganze Westjordanland ist, obwohl da wesentlich mehr Palästinenser als Israelis wohnen, mittlerweile in kleine palästinensische Siedlungsinseln unterteilt, wo noch Leute leben. Du hast es gerade gesagt, viele Leute sind de facto Binnenflüchtlinge. Und dazwischen gibt es israelische Siedlungsgebiete, die du als Palästinenser nur sehr schwer durchschreiten kannst. Ja, im Grunde gar nicht. Also seit dem 7.10. sowieso nicht. Und es ist quasi so, dass du, Hebron ist einfach das perfekte Beispiel dafür, so schlimm das auch ist. Du hast unter diesen 200.000 Palästinensern, die leben natürlich in Hebron verteilt, komplett. Also auch um diese jüdischen Siedlungen drumherum, die ja jetzt von 650 EDF-Soldaten bewacht werden, weil die ja so großer Gefahr von den Palästinensern ausgesetzt sind. Und da gibt es dann Checkpoints, wie du schon richtig gesagt hast. Und nicht nur diese Checkpoints sind relevant, sondern es ist tatsächlich auch Palästinenser verboten, in der Nähe von diesen Siedlungen Geschäfte zu haben, Auto zu fahren, generell zu Fuß zu gehen. Also es gibt tatsächlich Straßen in Hebron, die dürfen Palästinenser auf Androhung von Strafe und Gefängnis nicht betreten. Und das ist halt der Grund, warum NGOs wie eine Amnesty oder auch Betzelem sagen, das ist eine Form der Apartheid. Dass das jetzt in Israel, in Tel Aviv zum Beispiel, nicht passiert, ist klar. Davon redet aber auch niemand. Deswegen muss man immer dazu sagen, wenn man von Apartheid spricht oder von Apartheid-ähnlichen Zuständen, dass man dann tunlichst die Westbank meint und eben nicht den Staat Israel selbst. Das ist ein Unterschied. Die 20% arabischen Menschen, die auch eine israelische Staatsbürgerschaft haben, können selbstverständlich in Tel Aviv und auch in Teilen Jerusalems frei rumlaufen. Das ist nicht damit gemeint. Damit ist die Westbank gemeint und die Gegenden im Negev. Das hat nichts mit Israel per se selber zu tun. Ja, die Araber in Israel, von denen du sprichst, das sind jene, die bei der Nakba nicht vertrieben wurden. Das ist der kleine Anteil an der Bevölkerung, die gesagt haben, wir sind bereit, uns dem Staat Israel zu unterwerfen. Wir sind sogar bereit, in segregierten Siedlungen zu leben. Das war ja bis 1966 noch so, bis ein Jahr vor Beginn des Sechstagekrieges. Und die vertreibt uns nicht. Und die durften tatsächlich da wohnen. Und deswegen hat Israel auch einen kleinen arabischen Bevölkerungsanteil. Beziehungsweise so klein ist der gar nicht mal mehr. Aber zu Westbank habe ich gerade noch mal die aktuellen Zahlen von Amnesty rausgesucht. 2023, also Westbank kein Kriegsgebiet, ganz wichtig. Also laut Zahlen von Amnesty wurden da 2023 507 Palästinenser, darunter 81 Kinder von Israel getötet. Und es war laut Amnesty das tödlichste Jahr seit die Erfassung von Opfern im Jahr 2005 begann. Israel beruft sich da quasi auf die Sicherheit des Staates Israel und sagt, wir müssen das machen, weil in den Flüchtlingscamps, die es ja dann durchaus gibt, gibt es ganz viele Hamas-Anhänger, islamischer Dschihad-Anhänger, die es quasi noch rüber geschafft haben, bevor alles zu war. Wie die das auch immer gemacht haben. Die sind wahrscheinlich per se sowieso schon da gewesen. Und die bewaffnen sich natürlich auch. Die möchten natürlich auch in den Konflikt mit Israel gehen. Und Israel raidet quasi täglich irgendeinen Flüchtlingscamp oder irgendeinen Bereich oder bombardiert den, weil da irgendwas gewesen ist. Und dann kommen eben in Mitleidenschaft gezogen Kinder meistens ums Leben. Das ist immer ganz, ganz furchtbar, dass man da keine Rücksicht nimmt. Die Leute wissen, dass da Kinder sind. Die schießen trotzdem drauf. Und ich habe das bei einer Reportage gesehen. Die fahren auch mit Panzern da rum. Das ist denen scheißegal. Und da muss man sich halt überlegen, ob man das wirklich machen muss. Ja, es ist halt... Dass es eine andere Möglichkeit gibt da quasi. Ich will jetzt nicht sagen von Polizei oder so, weil du gegen Terroristen agieren musst. Aber du kannst das ja nicht als Kollateralschaden irgendwie beiseite schieben, dass du da die normale Zivilbevölkerung auch mit in Mitleidenschaft ziehst. Also jetzt in der Westbank oder in Gaza? Das ist ja schon ein Unterschied. In der Westbank. In der Westbank. Ja, das ist halt von Israel besetzt. Und man versucht dort durch massivste Repressionen zu verhindern, dass die Bevölkerung da irgendwie Widerstand leistet. Also die Zustimmungswerte für die Fatah, die sind seit Oktober 2023 kollabiert, weil die Fatah als völlig hilflos gegenüber dem israelischen Besatzungsregime gilt. Und die Zustimmungswerte für die Hamas sind massiv angestiegen. Das heißt, die israelische Repression, die hat eher den gegenteiligen Effekt. Und wenn Israel so... Also Israel versucht jetzt durch diese Repression quasi eine neue Intifada zu verhindern. Denn in der Westbank, da leben hunderttausende israelische Siedler. Und diese Siedlung muss Israel beschützen, während es gerade noch einen Krieg in Gaza führt und durch seine sehr aggressive Außenpolitik vielleicht noch weitere Kriege in der Region provoziert. Also versucht man auf jeden Fall in der Westbank für Ruhe zu sorgen. Ja, du hast halt das Problem, dass du dadurch, dass du diese unfassbar vielen Checkpoints hast, dass du diese Repressalien hast aus Israel, dass Israel quasi auch bestimmen kann, selbst wenn du aus der Westbank kommst und in Israel arbeitest, können die jederzeit an irgendeinem Checkpoint sagen, du darfst nicht weiter. Und dann hat sich das für dich erledigt. Das heißt, es könnte dich nicht nur den Job kosten, sondern auch dein Studium zum Beispiel. Das ist ein Punkt, der super heftig ist. Zum anderen hat die palästinensische Autonomiebehörde ja gar keine Möglichkeit, eine eigene Schutztruppe quasi auf die Beine zu stellen. Man hat 2005, glaube ich, meine ich, erlaubt, dass zwar so eine Polizei de facto existiert, die haben aber gar keine Rechte. Das heißt, wenn die israelische IDF in einen Bereich reingeht, wo schon palästinensische Polizei quasi aktiv ist, dann werden die quasi wie Schoßhunde zur Seite genommen, dann verliehen die sofort ihre Rechte und der IDF macht sein Ding und dann hauen die wieder ab. Also die haben überhaupt gar keine Kontrolle über diesen Bereich. Und wenn dann jemand wie die Hamas aus einem noch viel schlimmer blockierten Bereich eine solche unfassbare Tat begeht, dann steigen natürlich erstmal die Zustimmungswerte noch rapide an. Das Ding ist aber, ich glaube, wenn du am Ende des Krieges, wann der auch immer sein wird, ich weiß nicht, wann für Israel hier das Ende erreicht ist, dann nochmal durchgehst und die Leute sich klar werden, was das Ergebnis eigentlich dieses Terrorangriffs gewesen ist und was die massive Antwort von Israel gewesen ist und auch der Staatengemeinschaft drumherum, dann werden diese Unfragewerte wieder rapide absinken. Kannst du sicher sein. Das andere Ding ist, das versuche ich auch immer so ein bisschen zu erklären, sorry, wenn ich ein bisschen im Redeschweil bin, es gibt ja auch so einen sozialpsychologischen Charakter. Viele Menschen, die momentan im Gazastreifen leben, sind erstmal unter 18 Jahre alt. Das zweite ist, die sind 2006, als gewählt worden ist, noch gar nicht auf der Welt gewesen. Das heißt, die haben das politische System, was jetzt quasi seit 16, 17 Jahren vorherrscht, gar nicht gewählt. Und das andere Ding ist, sie haben keine Kenntnis davon, wie das Leben ohne eine Hamas ist. Die sind quasi damit groß geworden, die kennen nichts anderes, die kennen Zerstörung, die kennen Krieg, die kennen Terror, die kennen Hamas und die kennen Israel ist der Feind. Das war's. Das heißt, du müsstest da quasi, wenn alles vorbei ist und wenn man sich endlich mal irgendwann einigt, dass zwei Staaten nebeneinander koexistieren, einer Israel, einer Palästina, du müsstest bei allen Menschen, die da leben, komplett von vorne anfangen. Und das wird unfassbar schwierig und das wird noch Jahrzehnte dauern, bis da Frieden einkehrt. Also du musst erstmal diese Ideologie überhaupt wegbekommen. Die tun ja so, als wenn sie diese Ideologie wegbomben könnten. Das wird nicht funktionieren. Ja, diese Ideologie ist unter israelischer Militärbesatzung entstanden. Dass sie jetzt unter israelischer Militärbesatzung verschwindet, ist dann doch eine sehr kühne Annahme. Aber damit sind wir ja jetzt bei unserem letzten Thema, das wir auch immer wieder angeschnitten hatten, dem Krieg, der jetzt seit Oktober 2023 in Gaza, ja, der in Gaza tobt. Wie gesagt, das hat auch noch Auswirkungen auf die Westbank. Die hatten wir gerade erläutert. Darauf gehen wir jetzt nicht mehr ein, sondern wir gehen auf die Situation in Gaza ein. Die Kassam-Brigaden, also der bewaffnete Arm der Hamas und einige andere bewaffnete Gruppen aus dem Gaza-Streifen, stürmten am 7. Oktober die Grenze zu Israel und töteten ungefähr 1.200 Menschen, bis sie wieder aus Israel zurückgedrängt wurden, ein paar Tage später. Also so kann man die Situation ganz kurz zusammenfassen. Ja, das ist wirklich sehr kurz zusammengefasst. Ich glaube, das war der heftigste und schlimmste Terrorangriff auf israelische jüdische Menschen seit dem Holocaust. Zumindest wird das immer ganz gerne verglichen oder man vergleicht es halt mit dem israelischen 9-11. Und jetzt muss man sich natürlich vor Augen führen, wir haben das gestern im Stream geguckt, ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast. Ich frage mich dann natürlich immer, wie kann das denn passieren? Wie kann das denn sein, dass eine der bestbewachten Grenzen so löchrig ist, dass an 80 Stellen Personen über die Grenze treten können und stundenlang tun und lassen können, in Anführungsstrichen, was sie wollen, mordend, vergewaltigend und tötend durch die Gegend laufen können und keiner kümmert sich darum. Die Wachmannschaft, die in diesem Kibbutz gewesen ist zum Beispiel, das war ja so eine Art, ich nenne das jetzt mal Sicherheitsteam. Die haben zwar militärischen Background, aber die waren natürlich unterschiedlich ausgebildet. Keine Militäreinheit, keine Grenzschützer, kein gar nichts. Die waren auch völlig unbewaffnet teilweise. Das ist doch Wahnsinn. Ja, wenn ich so nah an einem Grenzzaun bin und das Kibbutz ist ja auch nur wenige hundert Meter von der Grenze entfernt, dann muss ich doch da vernünftige Grenzschutzpersonen aufstellen und Soldaten aufstellen, weil, darfst du nicht vergessen, diese Grenze, die hat ja nur 65 Kilometer. Das ist ja jetzt ein überschaubares Gebiet, wenn du da zwei Bataillonen aufstellst. Und an dem Tag, vielleicht solltet ihr euch das Video auch nochmal angucken, vom Maestro, das aktuelle, am 7. Oktober. An dem Tag waren einfach ganz wenig Menschen an der Grenze. Und keiner weiß wieso. Viele waren im Urlaub, es gab einen Feiertag und so weiter, okay. Aber die Grenze musst du trotzdem beschützen und das ist eigentlich nicht der Fall gewesen. Und das hat quasi Hof und Tor geöffnet, um überhaupt so einen Angriff durchzuführen. Parallel dazu hat man Geheimdienstinformationen ja überhaupt nicht ernst genommen. Das fing ja schon 2016 an. Man hat die Geldströme der Hamas gefunden und kontrolliert, hat keine interessiert. Man hat Pläne gefunden, hat keine interessiert. Und dann hat man Bewegungen wenige Tage vorher festgestellt an der Grenze und bei der Hamas, die man ja dann überwacht hat, hat das nicht ernst genommen. Und diese Hybris hat halt dazu geführt, dass man tatsächlich einem dieser Terrorangriffe, der schlimmsten, die es jemals gegeben hat, in Israel ausgesetzt gewesen ist. Es sind so viele Faktoren, die da zusammenkommen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich glaube, beim ersten Teil, bei den Geldströmen, das ist keine Hybris. Das kann man relativ einfach und rational erklären. Das ist ja nichts Irrationales, dass man die Geldströme sichergestellt hat. Netanjahu hat ja selbst gesagt, dass man diese Geldströme eben sicherstellen müsse, die vor allem über Katar liefen, weil die Hamas eben die Bedingung dafür sei, dass es keinen palästinensischen Staat geben werde. Also die israelische Regierung, die war ganz froh darüber, dass dort Terroristen an der Macht waren, mit denen sie über nichts verhandeln brauchten. Die Hamas hat ja immer wieder versucht, mit der israelischen Regierung zu verhandeln, hat ja sogar Briefe auf Hebräisch geschrieben. Aber Israels Reaktion war halt immer, das sind Terroristen, die wollen Israel vermilchten. Steht auch im Hamas-Bründungsprotokoll, stimmt ja sogar. Aber damit hat man sich halt leicht gemacht und gesagt, gut, dann brauchen wir mit denen nicht verhandeln. Wir besiedeln das Westjordanland jetzt nach und nach. Und ja, was da in Gaza passiert, die hungern wir halt ökonomisch aus. Damit brauchen wir uns nicht weiter zu beschäftigen. Ja, ich glaube, wir müssen da nochmal ein bisschen genauer drauf gucken. Denn 2016 hat die Hamas schon eine halbe Milliarde Dollar angesammelt, was schon eine Menge Geld war zu dem Zeitpunkt. Und hat dann nach Geheimdienstinformationen tatsächlich dieses Geld auf einen Schlag beinah weggeholt und hat dann dafür Waffen gekauft. Das heißt, wenn man diese Geldströme vorher vernünftig untersucht, eingefroren und dann entsprechend akquiriert hätte sozusagen, dann wäre das schon mal gar nicht dazu gekommen. Und dann muss man sich schon fragen, warum man das nicht getan hat. Jetzt kann man natürlich deiner Ausführung folgen und sagen, ja, das gehört halt zu dem Gesamtplan und dem Gesamtkonzept dazu. Denn dann hauen die sich halt gegenseitig raus und wir sind halt Nutznießer und übernehmen dann halt den Rest vom Westjordanland und auch von Gaza. Und dann haben wir unseren Plan ja durchgezogen. So, und für uns ist es halt unfassbar schwierig, das zu begreifen, dann, dass zumindest wenn man den Times-Bericht, da ist es ja aufgearbeitet worden und im Guardian auch, wenn man das so liest, chronologisch, wie das alles zusammenhängt und wie viele Informationen der Mossad und auch der Shinbett eigentlich gesammelt haben und auch dieses Wirtschaftskriegsministerium, die da quasi genau solche Terrorgeldströme kontrollieren, die wussten alles. Die haben alles gewusst. Die wussten nur eins nicht, wann. Und dann muss man sich einfach fragen, warum man keine Maßnahmen getroffen hat, um sich wenigstens präventiv zu schützen. Wenigstens das. Und selbst das ist nicht passiert. Also weiß ich nicht. Ganz, ganz, ganz krass. Wenn sich das wirklich einer ausgedacht hat, dass es mal passiert und man daraus Profit schlägt, dann war das echt ein perfider Plan, der jetzt fantastisch aufgeht. Ja, aber wie gesagt, wir wollen da jetzt auch nicht rumspekulieren beim 7. Oktober. Also wir wissen nur, was wir offiziell wissen. Aber ja, diese Geheimdienstinformationen, da hat ja der ägyptische Geheimdienstchef gesagt, er hätte Israel vorgewarnt. Israel hat das dementiert. Also was jetzt wirklich passiert ist, wissen wir nicht. Aber es, ja, wie gesagt, wir lassen euch mal mit diesen Informationen alleine. Muss jeder selber bewerten, wie er das dann sieht. Auf jeden Fall, wie hat Israel dann auf den 7. Oktober reagiert? Ja, soweit ich das sehe, mit den üblichen harten Maßnahmen. Also erstmal Luftschläge. Da, wo man weiß, dass ungefähr Raketen abgeschossen worden sind. Das waren die ersten Ziele. Dann hat man versucht, die Hamas-Brigaden ausfindig zu machen, die ja unzählig in Gazastreifen vorhanden sein sollten. Man rechnet dann bis zu 50.000 Personen, was schon relativ viel ist. Und hat dann eben die Luftschläge intensiviert, bis man dann gesagt hat, wir haben jetzt genug angerichtet, können jetzt mal vor Ort reingehen. Und dann ist man ja auch tatsächlich, nach zwei Wochen meine ich, reingegangen und hat den Norden erstmal leergeräumt. Also man hat die Bevölkerung aus dem Norden zwangsevakuiert. Das ist ja dieses Forceful Displacement, was ja eigentlich ein Kriegsverbrechen ist. Und hat dann alle Menschen in den Süden gepfercht, wo sie jetzt alle in Rafah, in so einem Auffangbecken, für Binnenflüchtlinge sind. Und hat dann quasi ein Gebäude und einen Bereich nach dem anderen platt gemacht. Und mit jedem Tag sind halt mehr Menschen diesem Rachefeldzug, hätte ich jetzt fast gesagt, zum Opfer gefallen. Weil wenn ich die Hamas auslöschen möchte, dann hat das wenig mit Frauen und Kindern zu tun. Und dann sollte ich mich darauf die konzentrieren, wo ich der Meinung bin, durch Geheimdienstinformationen, die sind daran beteiligt. Dann räume ich die aus dem Weg. Ob ich sie jetzt neutralisiere, verhafte oder was auch immer mit denen mache, ist dann eine andere Geschichte. Aber ich kann halt nicht die komplette Region in Sippenhaft nehmen. Das funktioniert halt nicht. Und das ist halt das, was wir jetzt gerade sehen. Israel hat bei seinen Luftschlägen ja genau das Gegenteil getan. Also es hat ja so eine KI, die hieße Das Evangelium. Und die hat strategische Ziele im Gazastreifen ausgewählt, die man angreifen sollte. Und dann hatte es noch andere KIs, welche dafür verantwortlich waren, Hamas-Terror, also irgendwelche Leute zu finden, die was mit der Hamas zu tun hatten. Und die KI hat auch eine gewisse Fehlerrate. Das heißt, da werden auch viele Unschuldige darunter gewesen sein, die man als Ziele ausgewählt hat. Und man hat die Menschen dann gezielt in ihren Wohnhäusern angegriffen. Das heißt, man hat einen Hamas-Terroristen oder einen mutmaßlichen Hamas-Terroristen, vielleicht auch nur jemanden, der mal mit einem Hamas-Terroristen einen Kaffee getrunken hat, also unbeteiligte Zivilisten, dann zu Hause in ihren Wohnhäusern getötet und dann auch dutzende Menschen, die eben drumherum gewohnt haben. Gaza ist einer der dicht besiedelten Orte der Welt. Das ist das Gebiet einer deutschen Großstadt, also Fläche von einer deutschen Großstadt, könnt ihr euch vorstellen, sogar ein bisschen kleiner. Und da wohnen zwei Millionen Menschen. Also wenn du da Wohngebiete bombardierst, dann tötest du bei jedem Angriff dutzende Menschen. Ja, vor allem das Perfide ist ja eigentlich, dass so Pressesprecher des IDF immer sagt, ja, wir sind präzise und wissen genau, was wir tun. Und dann guckst du dir den Gaza-Streifen an und denkst, okay, wenn das präzise ist, wie bezeichnet man denn dann den Angriff auf den Libanon? Da ist ja quasi in der zweiten Etage eine ganz bestimmte Wohnung, ein ganz bestimmter Raum bombardiert worden, um eine Person liquidieren zu können. Und ich bin der Meinung, das ist jetzt meine freie Äußerung, die ich mir so im Kopf habe, wenn Israel möchte, dann hat Israel nicht nur das militärische Know-how oder auch die militärische Ausrüstung, sondern sie können es dann auch tatsächlich sehr, sehr gezielt machen. Und ich bin aber der Meinung, das ist so ein bisschen das, was Michael Hüdes auch gesagt hat, sie wollen gar nicht. Sie machen jetzt einfach wüste Zerstörung, dass das Gebiet für die meisten Palästinenser unbewohnbar wird, und dass sie sich selber freiwillig entscheiden, hier kann ich nicht leben, auch wenn das meine Heimat ist, hier ist alles kaputt, ich kann hier nichts anbauen, ich habe keine Wirtschaft, keinen Job, meine Kinder können hier nicht zur Schule gehen, weil alles zu ist, Studenten können nicht studieren, weil alle Universitäten tot sind, Muslime können nicht mehr beten, weil alle Moscheen zerstört sind, dass sie sich entscheiden, in ein Nachbarland zu gehen, nach Ägypten, nach Syrien, Arabien, wohin auch immer, nur aus Gaza raus. So sieht es auch momentan aus, erschreckenderweise. Und da sind wir bei den israelischen Kriegsszenen, was bezweckt Israel mit diesem Einmarsch überhaupt? Da gibt es ja, ja, offiziell sagt Netanyahu, es sei das Ziel, die Hamas auszurotten, und jetzt ist die Frage, wer ist die Hamas? Du hattest vorhin schon gesagt, die Hamas betreibt Bildungseinrichtungen, sie hat Sozialprogramme, jeder Mitarbeiter, der dort arbeitet, ist theoretisch auch die Hamas. Also sollen die alle getötet werden? Also dann müsstest du wirklich das gesamte de facto Staatswesen, was die Hamas in Gaza aufgebaut hat, also ist jetzt nicht die Juve ein Staat, ist eine Terrororganisation, die den Gazastreifen besetzt hat, aber de facto ist die Hamas die machthabende Organisation in Gaza. Und wenn du die ausrotten willst, dann musst du den gesamten Gazastreifen wirklich komplett militärisch unter deine Gewalt bringen. Und das würde auch eine, beispielsweise Bodenoffensive, jetzt auf das riesengroße Flüchtlingslager in Rafach bedeuten, wo ungefähr anderthalb Millionen Palästinenser ausharren. Ja, das Perfide ist halt, dass du über die Hasbara, das ist ja quasi, ich nenne das immer die Marketingabteilung des israelischen Staates, dass du da quasi eine sehr krasse Medienkampagne fährst in Israel, das ist schon mal Punkt eins. Punkt zwei ist, wenn dann Partner wie Deutschland oder die USA allen voran fragen, Benjamin, was ist denn jetzt dein Plan? Was ist denn der Endplan vor allem, wenn du mit dem Krieg durch bist? Wie willst du das denn dann weiter gestalten? Gibt es nicht. Also Israel hat sich dann noch keine offiziellen Gedanken gemacht. Es gibt keinen Plan, der von irgendeinem Gremium von Israel, dem Kriegskabinett, der Knesset oder von wem auch immer gebilligt worden wäre. Und ich habe da manchmal das Gefühl, dass die selber nicht wissen, was sie wollen und wo sie hinwollen. Oder sie wissen schon sehr wohl, wo sie hinwollen, aber sie sagen es halt öffentlich nicht. Das fände ich noch viel, viel schlimmer. Weil die Frage ist ja auch, sie wollen die komplette Hamas auslöschen. Okay. Dann musst du ja dann tatsächlich hundertprozentig wissen, wer ist Hamas. Dann musst du genau wissen, wie viele sind es. Und dann musst du trotzdem einen Plan machen, wenn die Hamas weg ist. Was machst du? Übergangsregierung, neutrale Blauhelm-Truppe oder whatever. Du musst ja dann irgendeinen Plan haben, wie die Menschen dann ihr neues, ich wollte jetzt neues Leben sagen, wie sie ihr Leben wieder aufnehmen. Weil momentan ist da ja gar nichts. Die verhungern ja quasi. Ja, und sie verhungern, weil Israel die Nahrungsmittellieferung in den Gazastreifen eingestellt hat, beziehungsweise der UNRWA, also der Hilfsorganisation für Gazastreifen von der UN, zumindest im Norden des Gazastreifens, komplett verboten hat, Nahrungsmittel auszuteilen. Ja, es wird halt blockiert. Also im Moment sehen die Menschen sicher einer noch krasseren Blockade gegenüber, als es jemals der Fall war. Wir haben auch letzte Woche so eine Reportage gesehen von Stern TV, die war sehr gut ausnahmsweise, wo beide Seiten beleuchtet worden sind. Und dann sind die auch zum Grenzübergang gefahren, wo die Hilfsgüter stehen. Und die stapeln sich kilometerlang. Ja, also da stehen tausende von LKWs in Reihe und Glied und warten, dass sie Einlass bekommen. Und sie bekommen keinen Einlass, weil es für IDF-Militär an der Grenze ausreicht, wenn dort israelische Personen protestieren, dass die LKWs nicht weiterfahren dürfen. Und so reicht es einfach, dass sie da ein paar Idioten hinstellen, dass sie nichts zu essen kriegen. Und dann wundern die sich, wenn die Leute wie bescheuert auf diese Hilfslieferungen zustürmen und das Essen haben wollen. Also da muss man schon ein bisschen auch wirklich vor der eigenen Haustür kehren und die eigenen Fehler auch zugeben. Da gibt es ja Generäle vom IDF und auch vom Arie Schalikar, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, ist der deutsche Pressesprecher des IDF, der dann behauptet, die hungern nicht, die haben alle genug zu essen, das wäre alles gelogen und so weiter. Und da muss man sich wirklich fragen, wie brainwashed oder auch wie ekelhaft falsch kann man sein, um zu behaupten, dass die Menschen nicht hungern. Weiß ich nicht. Also da fehlen mir echt die Worte manchmal. Kommt doch nur ein Bruchteil der LKWs überhaupt durch, um den Kalorienbedarf der dortigen Bevölkerung zu decken. Ich meine, das kann man ja relativ leicht ausrechnen, wie viele Kaloriener Nahrungsmittel kommen über die Grenze und wie viel braucht man, um die Bevölkerung zu versorgen. Und dass das eben bei weitem nicht ausreicht, das kann man ja relativ schnell errechnen. Also da ist es wirklich sehr schwierig, da was anderes zu behaupten. Also es gibt ja Zahlen vor dem 7.10. und danach. Und in Hochzeiten, also wenn du Peaks hast, zum Beispiel aus 2017, 2018 zum Beispiel, da waren manchmal an manchen Tagen über 1000 LKW am Tag an der Grenze und haben Sachen reingebracht. Das ist schon eine unfassbare Logistik, weil die ja vorher auch abgefertigt und kontrolliert werden mussten. und jetzt, wo dieser ganze Krieg herrscht und wo alles blockiert ist, sind es keine 20 LKWs. Also du kannst ja ausrechnen, wer jetzt sich erzählt, und selbst wenn es 100 werden, ist es viel zu wenig, wer dann erzählt, es gibt keinen Hunger, der hat was zu verbergen und macht Propaganda. Ich nehme das Wort ungern in den Mund, aber wenn man behauptet, dass die genug zu essen haben und dass die da alle feiern und die gehen ja alle schwimmen und was sie da nicht alles erzählt haben, das ist widerwärtigste Propaganda. Das erinnert mich teilweise an den Nationalsozialismus, die das genauso mit den Juden im KZ dargestellt haben. Denen geht es doch gut, die spielen Fußball, die lachen doch alle, da passiert ja gar nichts Schlimmes. Ich wäre mit solchen Vergleichen sehr vorsichtig. Ich wäre mit solchen Vergleichen vorsichtig. Ja, ich weiß, das macht man nicht, aber trotzdem muss man halt irgendwelche Vergleiche ziehen und mir fiel gerade kein anderes ein. Also wer sich da verletzt fühlt, dann entschuldige ich mich, ich nehme das dann zurück. Mir fällt aber kein Vergleich ein, der das in ähnlicher abartiger Weise getan hat. Ja, also was heißt das Vergleich? Das ist jetzt eher das Gegenteil. Im Syrienkrieg, da hat die Assad-Regierung regelmäßig Städte ausgehungert, um die dortigen islamistischen Milizen, die die Städte besetzt haben, beispielsweise in Aleppo, um die zu schwächen und die Eroberung dieser Städte zu erleichtern. Das wurde hier im Westen eine unfassbare Grausamkeit in allen Medien dargestellt. Und jetzt, wo Israel das in Gaza einen viel größeren Maßstab, viel systematischer macht, da ist das plötzlich eine Maßnahme der legitimen Selbstverteidigung, selbst wenn der israelische Verteidigungsminister davon spricht, dass man gegen menschliche Tiere kämpfen würde und damit diese Maßnahme begründet. Also wir kämpfen gegen menschliche Tiere und handeln dementsprechend. Das hat er wirklich so gesagt. Ja, und unser Mensch aus Bremen, Tobias Huch, leugnet das bis heute, dass das gesagt worden ist. Also ich hatte das mal in einem Video verarbeitet und im Stream hat er dann gesagt, so etwas hat Joachim Galant niemals gesagt. Er wäre live dabei gewesen und er hat das Wort Tier nicht gehört. Mir ist nicht bekannt, ob Tobias Huch perfekt hierbärisch spricht, soweit ich weiß nicht. Und wir haben ja dann auch ganz viele Aufnahmen von verschiedenen Nachrichtenmagazinen, die das genauso wiedergegeben haben. Und er ist auch nicht der Einzige. Also selbst wenn wir jetzt den Joachim Galant mal außen vor lassen und sagen, der hat das nicht gesagt, es gibt genug andere. Der Halewi hat das gesagt, der Hagari hat das gesagt und auch eine weibliche Person, dessen Name mir gerade nicht einfällt, hat noch viel schlimmere Sachen gesagt. Und was der Ben Gwir, der am weitesten rechts außen stehende Minister in Israel, noch gesagt hat, was er mit palästinischen Gefangenen machen möchte, das will ich hier gar nicht wiederholen. Also selbst wenn man den Galant außen vor lässt, es gibt genug Schweine in der Regierung, die solche Aussagen getätigt haben, wo man hier sehr wahrscheinlich den Vergleich zu einem Höcke oder auch zu irgendeinem rechtsradikalen Nazi ziehen würde. Für die israelische Verhältnisse ist das voll normal. Ehrlich gesagt, der Höcke hat bisher nicht gefordert, dass man hier Millionen Menschen, die hier seit Jahrhunderten Leben vertreiben sollte. Also das... Was ich damit sagen wollte, wenn wir und es Nordritsch... Die Nazi da, das wollte ich damit sagen. Also die stehen wirklich... Er ist halt der Obernazi und wenn dann solche Äußerungen aus der israelischen Regierung kommen, die ich als rechtsextrem bezeichnen würde, als ultranationalistisch und als menschenfeindlich, dann klatscht man in Deutschland in der Regierung, sagt ja cool, da stehen wir voll hinter, deswegen schicken wir noch mehr Waffen dahin. Also es tut mir leid, wie kann man denn sowas unterstützen? Ja, also die deutsche Regierung hat ja die Waffendieferung tatsächlich reduziert und ihre Zahlungen an die UNRWA wieder aufgenommen, eben damit der internationale Gerichtshof keine einstweilige Anordnung gegen Deutschland erlässt. Also das hat er ja jetzt auch nicht getan im ersten Schritt, weil Deutschland eben diese Maßnahmen ergriffen hat. Ja, das war aber show. Man sieht sich ja hier... Also ich habe das Gefühl, wenn ich Annalena Baerbock's Aussagen zum Beispiel höre zum Israel-Gaza-Krieg im Oktober, November und das jetzt vergleiche mit April oder auch mit März, dass sie Angst hat. Weil diese Entschlossenheit und diese nach vorne gerichtete Agenda, die sie da verfolgt hat, wir müssen Israel verteidigen, dies, das, das weicht momentan einer Angst, eventuell als Außenministerin in die Geschichte einzugehen, die wegen dem Völkermord oder zum Beihilfe wegen Völkermord verurteilt wird. Und jetzt rudert sie zurück. Also sie rudert und streitet auch mit Netanyahu. Und das hätte sie eigentlich direkt im Oktober machen müssen. Jetzt ist es zu spät. Und das, was wir gesehen haben gestern oder vorgestern, meine ich, mit Nicaragua, das war ja nur der Eilantrag. Der wäre sowieso durchgegangen. Da hätte man dann gesagt, Deutschland soll die Waffenlieferung reduzieren, besser kontrollieren und soll die Zahlungen wieder aufnehmen. Das ist ja vorher schon passiert, um eben diesen Eilantrag nicht als Urteil zu kassieren. Und was danach passiert, ob Nicaraguas Beihilfeantrag stattgegeben wird oder nicht, hängt ja von Südafrika ab. Ja, das ist ja das Hauptverfahren, was gerade gegen Israel läuft. Genau, also die sind ja dann quasi voneinander abhängig. Wenn jetzt festgestellt wird, dass Südafrika die Klage verliert, dann ist auch automatisch die Klage Nicaraguas dann hinfällig. Ja, ja. Und Van Guia und Smotrich, die waren beide auf einer Konferenz. Das könnte man noch dazu sagen zu den beiden, wo darüber diskutiert wurde, die Palästinenser aus dem Gaza-Streifen zu vertreiben und nach Ägypten zu verschieben. Also das ist in der israelischen Regierung eine völlig normale Forderung, die da erhoben wird. Ja, die Israelis, gerade so Menschen wie Ben Guia oder auf Smotrich, die leben ja auch nach dem Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn, Kopf für Kopf. Und das sind halt auch die beiden Personen, wenn man sich die Vita anguckt, die wirklich am äußersten rechten Rand fischen. Also die sind ja quasi Kahanisten sozusagen. Das ist eine der rechtsextremsten Formen, die es in Israel gibt. Und das lebt ja auch. Der ist ja auch Siedler. Also Netanjahu hat quasi einen rechtsradikalen Siedler, der auch Menschen in der Westbank schon vertrieben hat, zu seinem, ich glaube, der ist in Wirtschaft, in Finanzen unterwegs gemacht. Nee, Polizei. Smotrich ist Polizei und Justiz. Und Ben Guia ist derjenige, der andere, der mit der Sicherheit beauftragt ist. Also ich hätte diesen beiden Personen, ich bin zwar gegen das Canceln, aber ich hätte den beiden diesen Knäset-Job nicht gegeben. Was heißt gegen das Canceln? Also wenn man zum Ministern nennt, das ist ja eine völlig andere Frage, als wenn man zum Diskurs zulässt. Ja, aber du musst halt gucken, dass diese Menschen dafür geeignet sind. Und wenn du so eine offene, muslimische Hasseinstellung hast, dann bist du in dem Job in meinen Augen falsch. Ja, selbstverständlich. Also deswegen meine ich ja, das hat ja nichts mit Canceln zu tun, dass man Rechtsradikale nicht zu Ministern ernennt. Ja. Ich wollte es halt vorsichtig ausdrücken. Ja, aber ich glaube, ist jetzt kein leichtes Thema. Ich glaube, dass es den meisten hier zugesehen haben, auch klar geworden. Jetzt zum Abschluss, was würdest du sagen, sind die Aussichten für Israels Krieg in Gaza? Ich würde mir natürlich wünschen, dass das relativ zügig zu Ende geht und dass wir relativ schnell viele Geiseln, die noch am Leben sind, auch nach Israel zurückbekommen. Das ist immer ganz wichtig. Die Leute tun immer so, wenn du über diesen Konflikt sprichst und weder die Hamas verurteilst, noch die Rückführung der Geiseln forderst, dass du ein Antisemit bist, was ich völlig unsinnig finde. Wenn du dich vernünftig, sachlich über einen Diskurs und Israel auslassen möchtest, dann musst du nicht immer betonen, wie schlimm das war und dass du möchtest, dass sie wieder zurückkommen. Das sollte eigentlich klar sein. Das sollte man annehmen. Für die Ziele. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass jetzt mal endlich klar wird, wer eigentlich für Israel wirklich die Hamas ist. Wie viele Menschen sind es denn eigentlich noch? Was für Israel zum Beispiel auch eine erfolgreiche Operation in Rafah ist. Das sind zwei Millionen Menschen, die müssen unter allen Umständen geschützt werden. Es muss klar sein, wer Terrorist ist und wer nicht. Und es ist ja gar nicht möglich, das zu unterscheiden. Und dementsprechend wünsche ich mir keine Operation in Rafah zum Beispiel. Ich würde mir auch wünschen, dass mehr humanitäre Hilfe reinkommt. Ich würde mir wünschen, dass da ein Wiederaufbau stattfindet. Und trotz dessen, dass die Hamas natürlich den großen Schuldbeck mit sich rumschleppt, weil sie eben Israel angegriffen haben, auch Israel Reparationsleistungen tragen muss, um Gaza wieder aufzubauen. Das ist das Mindeste. Ja, also zuerst ein Waffenstillstand und Gaza-Austausch und danach ein dauerhaftes Friedensabkommen. Und wie so ein Friedensabkommen aussieht, das ist, ja, das können wir hier natürlich nicht vorwegnehmen. Das ist zumindest für das gesamte Palästinenser-Gebiet so gut wie ausgeschlossen. Also dass man dir nur mit Gaza hinbekommt, das wäre noch einfacher, da du in Gaza halt eine relativ homogene Bevölkerung und noch kein durchsiedeltes Gebiet hast. Im Westjordanland ist es viel schwieriger, dazu in einem Kompromiss zu kommen. Also schön wäre es natürlich abschließend, wenn wir es schaffen, in zehn oder zwanzig Jahren wieder Richtung Friedensabkommen von Bill Clinton zu kommen, was damals mit Jesse Arafat geschlossen war. Das war, glaube ich, am nächsten dann zwei Staatenlösung zu werden. Und wenn wir da irgendwie wieder hinkommen, dann sind wir schon auf einem guten Weg. Das ist tot. Also es gibt im Westjordanland keinen palästinensischen, also da gibt es nicht die Möglichkeit, da einen palästinensischen Staat noch zu gründen. Also das Westjordanland, das ist so von israelischen Siedlungen durchschnitten, dieses Gebiet eignet sich nicht mehr für einen eigenen Staat. Theoretisch ja. Mir würde es jetzt aber auch genügen, wenn man festlegen würde, wo denn überhaupt ein palästinischer Staat verlaufen kann. Ja, also dass jetzt die Israelis ihre Siedlungen nicht mehr aufgeben, sollte klar sein. Ich glaube jetzt nicht, dass sie da sagen, wir gehen zurück nach Israel, zerstören hier alles und dann können die Palästinenser hier alles von vorne aufbauen. Das wird nicht passieren. Das haben sie in Gaza einmal gemacht und das werden sie, glaube ich, nicht nur ein zweites Mal machen, weil dann jeder Präsident, der das macht, hat dann das ganze Volk gegen sich, weil die wollten ja damals aus Gaza schon nicht raus. Das ist, glaube ich, eine Utopie. Trotzdem musst du ja festlegen, in welchen Grenzen und Bahnen ein palästinensischer Staat möglich sein könnte, ohne dass Israel in irgendeiner Weise in seiner eigenen Staatssouveränität angegriffen wird. Da muss es hingehen, in irgendeiner Form. Ja, ja. Zumal Israel auch noch, das ist noch ein anderer Territorialkonflikt, den man 1967 aufgemacht hat, illegal die Golanhöhen besetzt und die werden wohl auch nicht zurück an Syrien gehen. Also die wird Israel, also auch da muss man zu einem Friedensabkommen kommen. Aber auch das ist angesichts der aktuellen politischen Lage wohl sehr, sehr schwierig. Da sollte ja mal so ein Zeltcamp aufgebaut werden, um die Binnenflüchtlinge da zu parken, während Israel die Rafa-Offensive durchführt. Aber da hat man sich dann wahrscheinlich auch von verabschiedet. Ja, düstere Aussichten. Damit verabschiede ich mich bei dir. Ja, cool. Danke fürs Gespräch. Hat mir mal wieder sehr gefallen. Vielen Dank.